Was geht ab? Als Nadelite Games hier und willkommen zurück zu Call of Duty Tomorrow Warfare 2. Halten wir den MTW auf. Die Mission muss doch mal enden. Kann nicht so ewig dauern. Oha, das Ding ist heftig. Da kommt keiner. Oh, 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 oh. Da sind auch noch Mies. Boah. Wenn er hier zielt, ja, dann muss ich hier rüber. Perfekt. Hier kann ich auffohlen, hier kann ich auffohlen. Hier kann ich näher. Fast da, fast jetzt. Aber einer muss mich abholen. Genau, so geht es nicht. Tja, voll. Boah. Ist denen doch egal. Die rassen durch den Heli. Aufpassen. Das war doch Nikolaus in vorn. Verstanden. Das war alles ne Ipschwa. Das ist ne Rieser. Scheiße. Ich bin zu weit vorne. Der Monotov hat mich erledigt. Das war alles ne Ipschwa. Das ist 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 ne Ipschwa. Gut, aber fast. Da kann ich ja gar nix machen. Schlaf halt nicht. Der nächste. Wo ist der Rest? Was soll ich denn machen? Jetzt hab ich den, glaub ich, gespawnt. Die Hitmark hat die Firmen, glaub man. Das ist hinweg, man. Sehr gut. Sehr gut. Das ist sicher. Hit. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ein Familientreffen. Sieht so aus. Fahrer. Gleichfalls. Ihr alle. Wir sind in Al-Masa. Hier ist es nicht sicher. Abmarsch. Der Kapitän hat recht. Fuck nix. Ey, das waren Konvuls von vielleicht tausend, ey. Ohne Mist. 20 Minuten, der Scheiß. Nix hat er ja gejagt. Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war ihr andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Kapitän. Schaline, nicht bleiben in Haus! Ich konnte sie nicht... Nein, das war meine Schuld. Ich hätte sie dann... Hör auf. Alles gut. Das war letztes Mal so wichtig. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. La casa de sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Ein Kartell, Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen sie sich? Nosotros. Las Almas. Es brennt. Und sie wollen den Brandstifter. Sin nombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur. Ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen sin nombre lebend. Dann... Treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich. Correcto. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Alles klar. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin nombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Orale. Tienes huevos, Cabron. Aber alleine gehst du unter. Ich geh mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Shadows auf Position. Okay. Alles bereit hier. Sehe Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Unvaquero drinnen. Verstand. Hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe es ab. Moment der Wahrheit. What? Ja, jetzt schon. War schon ziemlich auffällig. Der kam ja ohne Auto. Alles, ne? Ja, ja. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich Bakteris. Wir holen ihn da raus, aber wir killen alle, die da drin sind. Alejandro. Wie hast du? Keine Zeit. Hör zu. Wieso kriegt das alles denn gemacht? Wirklich nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen, schon selbst zu hier. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialanheiten. Amerikanische Shell Nercedo Company. Phillip Graves. Die ganze Wahrheit. Sogar dein Namen? Ist das? Si, Senor. Wie heißt du, Eero? Man nennt mich Soap. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich möchte zu Elsie nombre. Ah, er möchte gehen zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut gut gut. Du, Eero. Sonst skalpier ich dir gleich den Eero vom verfickten Kopf. Scherb dich aus meinem Aufzug. Das ist mein Haus. Das ist das. Du triffst den Boss erst, wenn ich es sage. Halt die Klappe, bis man dich fragt. Und mach's importante. Sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter. Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der Boss hat keine Drogen. Diego. Ich will mich nur wach halten, okay? Beute! Die verdammten Regeln! Der Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Las Elmas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Der Gehorcher. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. Ist dein Name hier unten? Nein. Sein Name ist persönlicher Sicarii. Valeria. Hier nur. Und Gringo. Leg mich am Arsch, ey. Setz dich. Schweine, ey. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kam zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt er hat Informationen. Ohohohoho. Und was? Ich bin sicher. Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter. Valeria. Ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn. Und dann sitzt du auf dem Stuhl. Boah, die Grafik ist in manchen Szenen total irre. Boah. Niños. Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann griff uns jemand an. Wer? Er lügt. 100 pro. Pass auf, das kann ich beantworten. Das war die mexikanische Armee. Das war die mexikanische Armee. Er lügt. Meine Truppen kämpfen gegen die Angreifer. Bist du dir sicher? Oha, ziemlich sicher. Das war die mexikanische Armee. Dann wart ihr das? Ni Berga. Ich glaube dem Korporal. Was? Das war die Armee. Was? Was war das denn sonst? Haben die doch die ganze Zeit gesagt. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann griff uns jemand an. Wer? Ich weiß nicht, wie wir Unbekannter sind als er wahrscheinlich. Das war ich schon. Weil haben die doch die ganze Zeit gesagt. Die sind doch hinter uns her gewesen in den Bergen. Wie dumm ist das denn? Ja. Dann halt das Kartell. Das war das Kartell. Bist du dir sicher? Ei. Das waren die Rivalen. Nein, Guero. Wir sahen die Leichen. Die waren von keinem Kartell. Seine Informationen sind wertlos. Okay. War es anscheinend auch nicht. Das war ein mexikanischer... Das war die Armee. Locker war die das. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann griff uns jemand an. Wer? Ja. Tod im Chaos. No no be. En español no es gringo. Ich glaube es war ein anderes Kartell. Jetzt du Blanquito. Wer griff uns an? Total bekloppt. Na ja gut. Dann waren es halt die Spezialeinheiten. Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Woher ist das Especiales? Nun. Wie war es ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten? Und du nicht. Vielleicht war er da. Du warst dort Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseiten unterstützt. Wer war das? Das war die Armee. Ich schwöre es waren die Armee. Die haben das doch die ganze Zeit gesagt. Wir haben sie gehört. Einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos wie ihm. Amerikanische Söldner. Namens Shadow Company. Ja. Und du? Welche Beweise hast du? Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Ein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Scheiße. Ich glaube es war er. Philip Graves. Phil Graves. Phil Graves. Phil Graeber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Er will die Raketen, die er transportiert. Woher weiß er das? Ihr dürft ihm nicht trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht. Du hast uns nicht erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeig, dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Ich warte mal zurück. Pff, ich verstehe es. Wenn ich nicht ordentlich hinsitzen... Ich sitz' einen gelassenen Namen aber auch okay.